Hallöchen Leute! Mittlerweile ist es so, dass die beiden Jungtiere hier, die übrigens fast gleich alt sind und unterschiedlich groß, auch sehr erstaunlich, Bauchnabel ist soweit geschlossen und das heißt wir können die jetzt hier mit zu den anderen Jungtieren mit in die Freuanlage für die Kleinen überführen und ja da können sie sich jetzt gut gehen lassen und sind hier, können Sonnenlicht tanken, hier ist immer alles mögliche zu fressen mit vorhanden kleiner Abenteuerspielplatz für die Babyschildkröten Warning autos pendeln signal Net wurden WIR руж realize